Hoch gelobt und angebetet sei das Allerheiligste Sakrament des Altares von nun an bis in Ewigkeit. Hallo an euch alle, die ihr vielleicht live mit dabei seid in unserem Livestream hier in der Erlöserkirche oder die ihr diesen Videoclip, diesen kurzen Clip, den wir jetzt hier starten und schalten, den ihr vielleicht erst etwas später anschaut. Hallo erst einmal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben heute nicht, wie gewohnt, um 18 Uhr den Jukat, die Glaubensrunde für junge Leute, sondern wir möchten heute mit etwas ganz Neuem beginnen. Und ich mache jetzt wie diese Einführung, und ich mache jetzt wie so den ersten Impuls, damit ihr wisst, um was es geht, was wir sonntags, wöchentlich, 14-tägig, es kommt ganz darauf an, wie es sein soll, wie das Format dann sein soll, dass wir uns sonntags abends weiterhin hier treffen und eine Glaubensrunde machen. Und zwar geht es um Folgendes. Ein Amerikaner, gibt es ja viele, ein Amerikaner, der die Wahrheit gesucht hat, der den Weg des Glaubens gegangen ist, hat sich entschlossen, katholisch zu werden. Und er wurde vor wenigen Jahren, wurde er getauft und in die Kirche aufgenommen. Und in diesem ersten Jahr, das er gegangen ist, als frischgebackener Katholik sozusagen, hat er ein Buch zusammengeschrieben, nämlich das erste, beziehungsweise mein erstes Jahr in der Kirche. Und diese Erfahrungen, die er gemacht hat, als frischgetaufter, als frisch Frischling in der katholischen Kirche, diese Erfahrungen hat er zusammengeschrieben, zusammengetragen für euch. Denn es geht nicht bloß darum, dass wir schon katholisch sind und katholisch geworden sind, sondern vielleicht auch, das betrifft auch all jene, die ganz neu den Glauben kennengelernt haben, die ganz neu so zu einer christlichen Gemeinde dazugestoßen sind, die vielleicht im Sommer einmal auf einer Wallfahrt waren, beispielsweise nach Medjugorje und dort berührt worden sind. Und jetzt geht der Alltag weiter. Und für euch genau soll dieser Glaubenskurs, diese Glaubensrunde, die jetzt gar nicht einmal so lange gehen wird, nicht so lange wie der Juck hat. Und da sind wir auch ziemlich weit gekommen mittlerweile. Das waren schon viele, viele, viele Sonntage, wo man ganz viel hat lernen können. Aber es ist etwas Schönes, wenn wir auch mal was Neues anfangen. Es ist ganz gut so, wenn wir etwas Neues beginnen. Und so wollen wir dieses Buch herannehmen, dieses Amerikaners, der katholisch wurde oder schon vielleicht auch der andere, die andere von euch schon katholisch ist, katholisch getauft, berührt wurde und dann auf einmal so sich seine Gemeinde sucht. Denn das ist jetzt das Allerwichtigste. Fragen zu stellen, Fragen beantwortet zu bekommen, damit man weiß, wie geht das eigentlich, katholisch sein? Und wie geht das richtig, dass dieses Pflänzlein, das so gepflanzt wurde in unser Herz hinein, dieses Berührtsein, dieses Berührt-Wordensein, dass dieses Pflänzlein wirklich auch ganz gut zur Entfaltung kommt? Er, dieser Amerikaner, hat zum Beispiel dann einen ganz großen Abschnitt geschrieben in diesem Buch, das wir für euch übersetzen werden, über die Heilige Messe. Was bedeutet was? Und das ist für ganz viele Newcomers, aber auch für ganz viele, die Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst kommen, wird es etwas ganz Neues sein und wird eine ganz neue Hilfe sein. Denn selbst wir, die wir Sonntag für Sonntag oft den Gottesdienst mitfeiern, wir wissen oft selber nicht, was genau geschieht oder was das genau jetzt zu bedeuten hat. Und auf diese Fragen geht er ein. Und er geht zum Beispiel auch schon auf diese Frage ein, wie finde ich meine richtige Gemeinde? Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, wo man so ganz gut dazuschauen muss. Und eine ganz spannende Frage jetzt zuerst einmal. Und ich, dieses Buch habe ich mir bestellt in Amerika und ich habe es dann bekommen und habe diese Frage gelesen, wie finde ich meine richtige katholische Gemeinde? Ich habe gedacht, das muss ich mir jetzt lesen. Und ich musste ehrlich gesagt lachen, als ich dann seine Antwort gelesen habe, auf was man achten soll, wenn man sozusagen frisch gebacken ist, frisch gebacken auf dem Weg des Glaubens und dann seine passende Gemeinde sucht. Ich lade euch ein dazu. Ich lade euch ein dazu. Macht euch mit uns weiter mit auf den Weg. Dieses neue Glaubens, diesen neuen Glaubenskurs, dieses neue, was wir jetzt beginnen wollen. Und ich möchte einfach nicht mehr länger warten, sondern jetzt soll begonnen werden, weil es für viele eine Hilfe ist, eine Hilfe sein kann. Dieser neue Glaubenskurs beginnen wir jetzt. Und wir werden euch immer wieder ein neues Kapitel, ein neues Kapitel ganz neu dazu bringen, damit ihr versteht die Schönheit unseres Glaubens. Die Schönheit unseres Glaubens. Und wenn ihr wissen wollt, wenn ihr wissen wollt, wie finde ich meine richtige Gemeinde? Wie finde ich die richtige katholische Gemeinde, wo ich weiß, es wird etwas, es kommt etwas in mir dann zur Entfaltung und geht nicht wieder ein, dann müsst ihr mit dabei sein. Ich glaube zumindest, dass es etwas ganz Spannendes sein kann. Denn die Glaubensbildung, und das haben wir so beim Joghat immer gemerkt, die Glaubensbildung, die hat noch enormen Nachholbedarf. Dass wir unseren Glauben kennenlernen, dass wir wissen, was ist eigentlich der katholische Glaube? Was ist das? Und es kommen immer viele Menschen, und das war so ganz interessant, heute auch, heute war ich im Krankenhaus, habe jemanden besucht, und dann habe ich da den Sohn getroffen, dieser Frau, und dann sind wir hinterher vor dem Zimmer gesessen, beide haben die Maske aufgehabt, und dann haben wir so gesprochen, und der hat mir so gesagt, ja, das überfordert mich alles so, und es ist mir fast zu viel irgendwie so, und dann haben wir über den Glauben gesprochen. Und dann lade ich ihn einmal ein, in den Gottesdienst zu kommen, dann lade ich ihn einmal ein, als Newcomer zu kommen, und dann muss ich ihm sagen, schau, das bedeutet das, das bedeutet das, das bedeutet jenes, und so wird das gesehen. Und das ist das Zeichen, das Sinnbild dafür. Und so werden immer wieder neue Menschen dazukommen, vor allem auch, wenn ich möchte, dass sie nicht bloß sozusagen eine Alltagsfliege sind, sondern, dass sie, dass sie nicht bloß eine Alltagsfliege sind, sondern, dass sie wirklich immer mehr so den Glauben erkennen und verstehen und schätzen lernen, dass sie wissen, für was entscheide ich mich eigentlich? Ein Angebot, ein ganz ein kleines Angebot, ein ganz ein einfaches Angebot, aber ich glaube, und das habe ich beim Jukat so gemerkt, ich glaube, wenn man sich auf diesen Weg einlässt, und wenn man den Jukat, den wir bisher immer so angeboten haben, Jukat Rosenkranz könnte man auch sagen, dann merkt man eigentlich ganz gut, dass man schon einiges hat lernen können dabei. Denn eine Bedingung gibt es sozusagen für den Erfolg. Eine Bedingung gibt es, dass man dauerhaft ist, dass man wirklich diese Ausdauer hat und dass man sich wirklich auch damit beschäftigt. Nur dann kann sich etwas entfalten. Wenn wir immer so groß anfangen und dann hört es auf einmal, werden wir immer weniger, weil es mich eigentlich gar nicht interessiert oder es gibt eine Durststrecke und man hat keine Lust mehr, dann höre ich automatisch auf. Also die Ausdauer, den Glauben kennenlernen zu wollen, die ist äußerst wichtig. Äußerst wichtig. Und sie wird aber, wenn wir mit der Gnade Gottes, und Gott gibt mir seine Gnade dazu, wenn wir mit der Gnade Gottes zusammenarbeiten, dann kommt sie immer zur Entfaltung und ich darf im Glauben wachsen. Im Glauben, im Hoffen, im Leben. Und das heißt auch dann, ich darf wachsen im Vertrauen, dass Gott mir hilft. Und dass ich heute im Krankenhaus gerade diesen jungen Mann da getroffen habe, so, das war irgendwie dann auch kein Zufall, sondern es war wie gefügt von Gott, dass ich ihm, ich habe ihm dann zum Beispiel die Hingabe-Novene versprochen. Die kriegt er jetzt von mir, diese Hingabe-Novene, die so, die ihn dort abholt, wo er gerade steht. Die die Punkte anspricht, die ihn da vielleicht so gerade belasten oder bewegen oder bedrängen, was auch immer. Und so kann dieser neue Glaubenskurs, den wir jetzt miteinander beginnen, der kann genauso für manche Leute eine Hilfe sein, denn er holt sie genau da ab, wo sie vielleicht Hilfe brauchen, nicht mehr weiter wissen, da wo sie vielleicht eine helfende Hand oder ein hilfendes Wort brauchen. Geht mit, macht mit und wir werden immer mehr die Schönheit unseres Glaubens kennenlernen. Herzliche Einladung dazu.